Von A nach B. Das alte Spiel. A ist unser Startpunkt und B das Ziel. A, B, A, B, A, B. So kennen wir das. Zumindest bis jetzt. Heute ist es der Weg selbst, der uns interessiert. Er wurde zu unserem neuen Punkt B. Wir wollen eine Zukunft, in der sich die Mobilität uns anpasst. Und nicht umgekehrt. Wir wollen unsere Lieblingsorte bereisen und gleichzeitig ihre Schönheit bewahren. Wir wollen nicht einfach nur pendeln, sondern erkunden. Und wir wollen in einer Welt leben, in der smarter gleichzeitig auch sicherer bedeutet. Das ist unser neues Ziel für die Zukunft. From A To me Shaping a new era of mobility How can A To me Chemo